Wir haben inzwischen seit fünf Jahren den Plusbus in Brandenburg und den Plusbus im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Und wir sind heute mit dem X1 als Plusbus Teltower Rübchen das erste Mal mit einem neu gestalteten Fahrzeug im Raum TKS. Das Ganze begann wie so häufig mit einem Anruf. Wenn der Geschäftsführer von Regio Bus anruft, stecken meistens Ideen dahinter und die sind in der Regel auch gut. Wir finden hier etwas wieder, was ja so identitätsstiftend ist und dass Teltower Rübchen ja in ganz, ganz engem Zusammenhang mit unserer Stadt steht. Wir als vom Teltower Rübchen-Verein sind unglaublich dankbar, dass dieser spontane Anruf kam. Also ich finde es ganz, ganz toll und ganz, ganz lieben Dank dafür, dass unser Name auf einem dieser schönen Busse vertreten ist. Vom Teltower Rübchen-Verein sind unglaublich dankbar, dass dieser spontane Anruf kam. Er ist Deutschlands geworden. Der Rübchenbus schließt sich jetzt ran an diese Marketingmaßnahme. Und wir sind fest davon überzeugt, dass er sowohl bei unseren Kunden und die Erfahrung zeigt, auch bei unseren Mitarbeitern sind solche Dinge sehr beliebt. Die Mitarbeiter sind meistens sehr stolz, mit diesen Produkten unterwegs sein zu dürfen. Rübchenfest leider in diesem Jahr nicht, aber der Anstich und damit Verkaufstag, erster Zehnte, mit neun tollen Partnern, neun tollen Produkten, kann man gespannt sein.